Du hast immer noch nicht geladen. Hallihallo zu einer neuen Folge von Hunt Showdown wieder mit Skulldur an meiner Seite. Mit dem nicht geladenen Charakter. Lade endlich. Du siehst echt furchtbar aus. Ich würde einfach links anscheinend ist um die Ecke gleich was. Diesmal mit, wie ihr seht, Spinne und Schlechter in eine Map, Sonic und im Sumpf. Eigentlich. Vorsicht hinter dir ist ein Dichtgewinn. Oh, es ruckelt. Startruckler. Okay, jetzt geht's. Aber du hast geladen. Das ist schon mal gut. Oh. Was? Feuertypi. Was? Wo? Im Wasser. Im Wasser? Ein Feuertypi? Ja. Wo ist? Ach da. Achtung! Ach, Gott sei Dank. Ach, scheiße. Komm, geh aus, du Sack. Sehr gut. Na. Auf dich ist Verlass. Ja, ich weiß. Und dann gehen wir einfach noch. Bäm. Kopfschluss tot. Oh, wir sind eh in der Ecke. Also müssen wir eben noch. Aber wir sind die großen Gebiet. Das ist gar nicht so schlecht. Und schlechte Gebiet ist es auch nicht so schlecht. Wobei das schlechte, der hat uns ja verbessert, ne? Ist uns ja mal aufgefallen. Ja, das stimmt. Aber eigentlich immer noch am leichtesten, muss ich sagen. Ja, ja. Also Spinne und der Assassiner, die sind echt nervig. Also der Assassiner, der ist mega hart. Und die Spinne ist mittlerweile auch... Also die ist mittlerweile richtig eklig geworden, weil die ist so flink. Ja. Die ist richtig aggressiv. Das Schlimme beim... Vor allem, die hat mich schon relativ oft vergiftet schon. Also damals eigentlich nie. Und jetzt gefühlt jedes Mal, mindestens zwei, drei Mal pro Kampf. Ja, ja. Das Problem ist, die ist so aggressiv. Die rennt das so hardcore hinterher. Du hast keine Chance mehr zu entkommen. Ja, das stimmt. Das ist das... Die Piste sich einmal getroffen hat. Die haut nicht ab. Nee, die haut nicht ab. Die rennt richtig hinterher. Was ist eine? Wo? Ah ja. Übernehme ich. Ich steck dich. Wolle ich hole dir einen Hinweis. Sendefes. So, zum Beispiel zwei hin. Das ist ja das. Das ist ja das. Krass. Wo ist der nächste? Ich bin da eigentlich dahinter. Dann machen wir das mal. Guck mal, bis weiter links. Wir wollten gestern eigentlich schon aufnehmen, aber gestern gab es leider einen Fehler in der Spielmatrix. Was? Ja, könntest du es anders beschreiben, oder wie? Ein Spielfehler. Selber Problem. Ja, ein selber Problem. Aber das war offiziell, also die haben sich sogar entschuldigt. Ja, man hat sogar ein bisschen Geld bekommen, also in-game Geld. Ein echtes Geld. Ich bin jetzt reich. Money, money, money. It's so funny. Nein. Nein, schau. Also das Spiel ist so geil. Ich bin jetzt mit Wasser und dem Licht und so. Wie fällt dir jetzt auf? Ja, wollte ich einfach nochmal. Naja, ich bin eigentlich nicht schießen. aber die schüsse hast du die schüsse ich habe die gläubigen nie verbrannt wurde schon helfen sind gut wo die molise sehr gut ich mag das erste mal dass wir die verbrannt haben oder eigentlich schon ja gut aber noch auf den offenen feld wo man laternen sind eben war so die laterne ja genau ich wollte sagen hier mag es nicht welche meistens die fetten typisch sind verhältnis des verhältnisses tor offen siegst du das also dieses wort immer links rum oder gehen wir ein vorsicht irgendwie ist mir hier schon oft relativ oft sind wir gegen andere spieler angetreten das ist in diesem häuschen und die ganzen türen sind hier offen die tore die zahl ich ja nichts das ist ja mittlerweile öfter so dass die offen sind aber das schiebetor im in der scheune das ist schon komisch dass das offen ist ach hier weiß ich noch hier war die wo man so viel pech hatten das weiß ich noch diese rechnung ich sehe gar nichts oder kommen her es ist geil das muss ich mal anschauen das ist großartig wenn du hier stehst das ist heftig leider kann sie nicht mehr raus gucken wenn du hier stehst ja stimmen es ist schon warum habe ich habe ich kann nicht munizieren auf nämlich noch keine einzige mal geschossen das war ich glaube kämpfen schon die kämpfen schlechter jetzt da ein und einmischen weil ich das mieseste wenn andere gegen den post kämpfen und dann da rein hüpfen ja ich habe halt nicht so die passende waffe fernkampf du hast die relativ gute pistole vögel fliegen weg also sie sind genau auf 12 stammt schon da kann sich fertig machen die vögel will ich ungern aufsteuchen weil das sehen die auch das sind hunde rechts von uns hunde könnte auch sein dass sie aber gegen andere spieler kämpfen weil das sind echt viele schüsse ja und es kommt ihnen kopp wo der war der war da war da drin jetzt oh ja ich sehe ich sehe ich sehe achte ich mag hier und da ist auch noch ein beim baum fuck und ich hab du hast die gute waffe ja 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 ich warte wenn du steht ich habe ja wohl er ist tot ich lauf direkt zu ihm das ist noch einer pass auf stufe 3 da ist er ah ich habe neben geschossen da hinten habe ich nochmal getroffen ich habe ihn nochmal getroffen alle halte ich achtung da ist eine frau ich muss mich halten ich muss die frau töten ich habe die frau ja bitte woher faktisch war knapp weil die werft sonst auf dich gegangen und ich meine am erster geschossen also ich hatte ihn so gut so oft mit der schriftlinie getroffen ja aber aus der entfernung ist dann natürlich die hunde sind aufmerksam gewonnen weil ich hatte richtig eine nice posi ich muss mal weg mal die hunde gerade um die auf mich gehen oder zumindest hinterm zaun jetzt habe ich das gehört dieses ich hole mir mal die beute hier alles gefährlich was wir machen welche waffe hatte das heißt ich habe die aus in die waffe gewechselt nein wo ist meine nein scheiße ich mag meine waffe wieder ich glaube ich habe jetzt die label oder sowas ich bin gerade gar nicht sicher was ich noch ich habe wieder meine ehrlich gehalt die label wird die kommen wir sind jetzt wo es war richtig er hat mich einmal getroffen wo sind der andere wo ist eine andere wo baden der hier ich habe blech oder acht oder nicht bist du als haben wir beide erfährten kampf offen aber naja also was muss aufgehoben oder wäre aber es anders ich habe die label ok das heißt es anderen das gebiet reingekommen ich habe gerade das gehört das heißt doch dass wir neue im gebiet drin sind oder immer gerade nicht sicher oder auch mal kannst du das war gerade noch so wir müssen ich muss hier weg weil hier bin ich richtig gemacht wenn ich hier pushen bin ich echt tot warum gehen die auf uns warum geht die auf uns gegangen wir waren ewig zwei weg letzte frage haben die den ausgang ok die die müssen hoch doch die müssen hochkommen müssen die frau da fast killen wenn man irgendwie zum schlechter rein wollen ich habe ein bisschen angst um andere spieler gut da sind ein team ist drin das andere team haben wir ausgelöscht dann sind wir noch dann die spinne macht irgendwie noch keine achte auf fenster und so nicht dass du irgendwo haben wir ziemlich fett rumgeschossen also das war nicht hier beim schlechter glaube ich meinst du nicht ne guck soll man mal vorgehen also ich bin fast schon sicher dass man schlechter wer war ja ja die aber die haben nicht nicht gegen ihn schlecht ich überlege gerade echt ob ich frau um das schießt weil wir uns einmal das ist kacke ja ja aber ich habe halt die spark sind es hat man himmelweit gut ich habe die label ich weiß nicht ob es so viel leicht ist aber ich kann es mal probieren naja die dreht sich gerade weg dass man das hatte er bissel drauf gehen ja gut mit meiner sparks ich glaube da kann ich dir einfach nicht unbedingt auf den kopf die andere habe ich auch nur so was meine die macht one hit also richtig praktisch ne jetzt jetzt hatte ich richtig vorteil mit der waffe ja gott verlaut den einen habe ich direkt weg gehauen und der andere ist die an sich auf mich konzentriert ja den einst du schon zielen ja den einen hatte ich schon gekriegt gehabt aber dann den anderen der hat sich dann so oft nicht konzentriert und der hat sich hinter diesem baum da versteckt hier also ich stand hier wo ich jetzt stehe und der andere stand sicher nicht gesehen und der andere stand hier hinten hier hinten stand er dann eben und da konnte ich nicht richtig schön seitlich reinholzen diese hunde oder ich nehme jetzt mal die pistole in die hand ein bisschen vor ich habe es immer kann der literne hochwerfen ich riskiere es mal zu mir mal kurz ein bisschen zu decken ich bin gar nicht mehr vorgegangen also verdeckt mich trotzdem mal kurz bei der frau jetzt der lebt noch das höre ich der stampft rum wie ein ochse ich komme nicht hoch mit der laterne doch perfekt ist gut alle die sterben so schnell durch sie es ist die frage warten die jetzt sind ich habe das wäre unlobisch das gehe ja gar nicht ich komme auch kurz die pistole in ihren ist es hier nicht dass die jetzt auf uns warten weißt du dass die aufgehört haben gegen ihn zu kämpfen und hoffen dass wir denken dass die tot sind weil es waren doch schüsse ja ich glaube die waren nicht hier oder meinst du das waren die anderen die dann wieder rausgegangen sind oder sowas jetzt aber der sehr ruhig also im weg und leben sind hier nach oben ich glaube das ist eine tür ich glaube wir gucken ich glaube du musst durch die türe hier geht es wieder raus doch das ist gefährlich wo zwei munitionsküsten ja wohl das war jetzt riskant holy shit weiß auch so mitten in der map ist ja ich habe hier die tür geöffnet das tor der hat volles leben wir haben nicht gegen ihn gekämpft irgendjemand hat gegen irgendjemand ja vielleicht haben die gegen achten wer ist da hinten ich sehen schon hat er kommt geschieße kann es war jetzt hier das tor auflösen vergessen das vorher gar nichts gegen ihn ausrichtet was machen wir dann das rückwärts sagen wir bitte dass du das auch siehst jetzt läuft nicht mehr rückwärts grenze voll hart nein dass das online ich brenne ich muss dadurch rennen es hilft nichts läuft ihn daher muss er kommt wieder runter wo ist er denn ich mag wenigstens kill ohne überrascht zu werden hier wer gesund hat hier ist so ein fass ja ich weiß aber das dauert ewig das ist so schwer zu koordinieren kommt hoch ja zünder an zündes fassern auf hoffen vielleicht funktioniert ich komme hoch wo sind wir ist da noch um er der rente hinterher oder hat bis wir gerade in der rand wo unten gerade noch zwei sekunden das feuer ist vorher ab entstehen das geht verfehlen kann ich habe keine moniker mit pistole du musst den rest machen ich brenne alter der hat mir die hälfte des lebens abgezogen holi mist hier ist muni kommt jetzt gleich tot er ist tot und ich habe im muni hier hat einfach angezeigt ziel getötet sehr gut nein nein ich bin rausgefallen nein wie das noch da ist ein loch im boden und ich bin einfach rausgefallen ich bin wieder ganz draußen ja ich weiß nicht wie es reingeht aber der liegt hier gerade richtig relativ gut zum verteidigen ich bin wieder dort wo wir vorhin waren hier liegt nochmal muni ist das gut kann ich nochmal ein bisschen muni sammeln ich sammel ein bisschen muni das schadet nicht weil ich nur acht schuss habe aber das ist vielleicht gar nicht so schlecht wenn ich hier unten bin weil wenn die sich dann reinschleichen wollen und dann auch erstmal hier unten sind sind die voll überrascht oder ist das eher das ist gruselig dass die spinne noch nicht vor allem es waren echt viele schüsse und die waren nicht beim schlecht hätte ich gedacht das waren zu viele schüsse ja also vor allem irgendwer muss ja geschossen haben wenn die anderen die haben bestimmt nicht ins leere geschossen wenn der der kein leben verloren ich höre schritte immer noch? ich bin gerade gekommen ja aber es hat sich jetzt höre ich zwar keine mehr aber es hat sich angehört als wäre es draußen gewesen ich blick gerade echt ob ich wieder irgendwie zu dir hoch komme weil ich kenne auch keinen weg hoch Mist ich kenne mich hier einfach null aus ne? oh hier ist eine koste ja die habe ich schon verwendet hier ist wasser also wenn wir das ding aufnehmen und keiner in der nähe ist wollen wir dann eventuell die spinne machen aber ich habe vorhin noch schüsse gehört also ja ja die schüsse die sind so safe da gewesen fuck Alter mich hat es gerade so gerissen da ist gerade so ein schwarzer fleck gegen die aufgetaucht von diesem verbannen ich habe gedacht das wäre im kopf gewesen der die treppe hochkommt boah fuck ich habe die tür gemacht keine sorge ich bin jetzt wieder bei dir drin boah ich bin gerade wieder topfit zeug ich der mich hat ich komme hoch oh gott ich fühle mich wieder ein bisschen wohler kannst du dir nicht vorstellen na Schüsse? ja ja die Schüsse habe ich gehört also ich dann doch irgendwie lieber irgendwie raus ja 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 aha aha okay ist aber gar nicht mal so schlecht weil dann wissen wir schon mal ein Team ist weniger die uns angreifen vielleicht haben wir gar keine Teams mehr weil ein Team ist tot ja wir und das andere wahrscheinlich auch weil das so viel rumgeschossen worden ist vielleicht haben die einen auch ein Team zerstört schau du mal nix gut dann dann direkt raus oder gar nicht lang rumfackeln ja dann gleich wieder in den Orten ja dann gleich wieder in den Orten ja wo gehts hier raus ah warte hier war die Falltür wo ich durchgefallen bin schau hier warum die Tür gar nicht öffnen ah ja hunde hunde ach ich denke mal nicht wenn du nichts gesehen hast na gut na gut nix sind wir auch eher ein bisschen im Nachteil wieder da anzugreifen oder sowas jeder hat ne Sicht ne ne das würde ich jetzt nicht riskieren ne die hunde die wir sind wir schauen aber kurz ne nichts die hunde da müssen wir wahrscheinlich jetzt schießen gut das warst du da eigentlich müssen wir da an dem weg folgen da kommt da irgend so ein Wagen na ich tue mich sicher ist aber mal halt ja mach na das ist gut ja ja äh äh wir müssen immer noch hoch doch doch vor uns ja das ist so rechts von dem Ding ich weiß nicht ob sich das lohnt eher nicht oder ne ne ich hab grad schon geheilt also alles gut ja auch wegen Muni na ne Alter leck mich ich hab die schnelle schießen müssen weil das waren mir zu viele äh ich hab die 400 Grad erfassung ja das ist gut oh es wird sogar mit der Mui ist mein Hauptlauf relativ knapp schon ja ja deswegen habe ich gefragt wie schnell da rechts wegen Muni aber eigentlich ist mir fast noch die Frau weil ich glaube nicht dass es jetzt noch gegen uns entgegen kommen ne vor allem wer sollte jetzt hier bitte was kameln und ich ne nichts oh Gott sehr gut sehr gut Spinne wird ja noch verbannt hey er lebt noch ja er lebt noch jetzt habe ich drei Jäger mit der Label ey richtig geil das sind einfach alle drei Wettgenau von anderen Leuten Leute stimmt erdische bietet die Label äh das ist am Anfang achso das war Klinge achso das war Klinge ja schon bei den zwei ausgängen ja ja hinter uns wäre so ein fetter Typ da ich habe keine Klinge deswegen achso ja die haben aber auch direkten Ausgang Leute die werden auch gleich rausgehen ja die werden jetzt nicht fürs Achtung lassen wasser Monster Lolli macht richtig Schaden holly molly das sind zwei auch ne ist auch ganz einfach voll durch habe ich nicht gesehen da chill doch mal ach scheiß und dreck oh oh wow wow echt komisch ne ich hab keine Muni mehr ja ich lauf gegen den Baum ach ich weiß bei diesem Wasser fiechern eigentlich nie wo ich ihn klinge kommst du rein ja wow 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 sorry fuck alter der hat mich fast gekillt oh fuck alter das wäre echt noch das das hier angeschossen wäre von anderen Leuten ey ne das ich hab grad da so ins Wasser weißt du weil ich grad wasserwieg gehört genau in dem Moment wo ich abdruck läuft so genau in mein Bildschirm rein oh alter alter das ist kein Headshot alter alter ich hab die das wundere mich eh den anderen habe ich auch nicht ähm auch nicht headshot gemacht mich wundert es vielleicht mal ein bisschen reduzierten Schaden wenn ich dich anschieße ja alter wieviel Leben hattest du denn noch alter das war ein nahkampf mit der spec einen Balken. Boah, holy shit. Ich dachte, wenn ich dich jetzt noch gekillt hätte. Hätte ich mich vor nicht geheilt, wäre ich jetzt tot gewesen. Ja, ich glaube schon, ja. Holy shit. Holy shit, das ist jetzt noch gewesen. Also ich glaube, Team-Shot ist, glaube ich, echt ein bisschen gemindert. Ja, ich hoffe es mal. Aus der Entfernung. Ja, und eigentlich war das ja fast ein Headshot, glaube ich. Weil du bist ja, ich habe ja direkt, ja gut, vielleicht habe ich auch irgendwie deinen Hals erwischt. Das ist ja nicht so schlimm. Nee, braucht man nicht so. Nein, es war aber eine geile Runde. Ja. Naja. Aber der eine war 100 pro Stufe 3 Jäger, weil der war komplett schwarz angezogen. Ich bin gespannt, ob ich jetzt Assist bekommen, weil ich habe heute einen eigentlich gut angehörtet, dann haben wir einen neuen Höllenhunde gekriegt. Denk mich im Arsch. War gar nicht aufgefallen. Ja, es hat zwei wassertäufel. Hä, wann haben wir Wasserteufel? Ich habe jetzt auf zwei geschossen, ja. Aber ich dachte, ich bin nur einen gekillt. Wir töten die Jäger einen, der gleich ist, und einen, der gliedriger ist. Hä, wie geht das? Komisch. Na gut, vielleicht haben wir es einen Level-3-Jäger, aber weil wir ja Prestige 1 sind, vielleicht. Ich weiß nicht, wie das Prestige da jetzt rein zählt oder ob nur das Spieler-Level da jetzt zählt. Ich will eher, ich wollte gerade sagen, weil irgendwie, ich meine, es war 100 pro ein Jäger-3er. 100 pro. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Leichtfuß. Zeitbonus fuhr zu fern. Extraktion. Ach ja, stimmt. Jetzt gibt es ja diesen Zeitbonus, ne? Hm. Kopfgeld 144. Das ist relativ viel eigentlich. Aber wenn wir jetzt noch schneller gewesen sind, hm. Stimmt, das bringt eigentlich Jäger dazu, relativ schnell zu handeln, ne? Wenn die dann ein bisschen mehr Punkte kriegen. Ja genau, unterstützte Tötungen ist ja gut. Hab ich bekommen. Ich weiß zwar nicht, wie das in die Statistik mit reinfließt. Zwei Stück hast du bekommen, oder? Zwei Unterstützungen. Ich weiß gerade, hab ich auf den einen geschossen? Doch, oder ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass ich beide getötet habe. Weil wir jetzt beim Ersten, den habe ich ja direkt erwischt, Gott sei Dank. Ich wollte zwar warten, bis er steht, aber ich glaube, ich habe ihn dann unterm Laufen erwischt. Und den anderen habe ich einmal daneben geschossen. Dann hast du gesagt, du hast ihn zweimal getroffen. Und dann habe ich ihn getroffen mit. Also, da hatte ich einen Hitmarker. Und ganz ehrlich, wenn er da nicht umfällt, dann weiß ich auch nicht. Ne, ich habe ihn ja auch schon, glaube ich, sogar dreimal mit der Schrotflinde erwischt. Gut, die war relativ weit weg. Aber, boah. Aber ich habe 17,9. Das ist geil. Freut mich. Ich habe 15,10. Und 5 unterstützte Tötungen. Wie viele unterstützte Tötungen habe ich? Statt der unterstützte Tötungen, 4. Na, heiß. Na gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Oder willst du noch irgendwas sagen? Ne, ich glaube, das war eine schöne Runde. Und danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Runde von Handschau. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Tschüss.